Schloss Köpenick Mitte des 16. Jahrhunderts hatte Kurfürst Joachim II. an diesem Ort ein Jagdschloß errichten lassen. Unter dem großen Kurfürsten entstand das heutige Schloss im Stil des niederländischen Barock mit Skulpturen aus der griechisch-römischen Götterwelt. Architekt Rutger von Langerfeld plante ein weitgehend schmuckloses Gebäude mit Mittelrisalit. Im Giebelfeld der Hofseite flankieren Adonis und Venus die kurfürstliche Krone. Die drei Statuen auf dem Giebel stellen Merkur, Venus und Mars dar. Das Giebelrelief auf der gegenüberliegenden Fassade zeigt Diana und Endymion. Über ihnen thronen Apollo, Herkules und Diana. Das Schloss, das bis heute weitgehend original erhalten ist, war zunächst Wohnsitz des Kurprinzen, des späteren Kurfürsten Friedrich III. und seiner Gemahlin Elisabeth Henriette von Hessen-Kassel. Als Elisabeth Henriette im Alter von 22 Jahren starb, heiratete Friedrich erneut. Seine zweite Ehefrau, Sophie Charlotte von Hannover, ließ sich im Westen von Berlin beim Dörfchen Lützow ein neues Sommerschloss erbauen, das später nach ihr benannte Schloss Charlottenburg. Schloss Köpenick verfiel daraufhin in einen Dornröschenschlaf. Im Wappensaal des Schlosses fand im Herbst 1730 der sogenannte Kronprinzenprozess statt. Kronprinz Friedrich, der spätere König Friedrich der Große, war gemeinsam mit seinem Freund, dem Leutnant Hans Hermann von Katte, der Fahnenflucht angeklagt. Der Kronprinz hatte es satt, von seinem Vater, dem Soldatenkönig, regelmäßig drangsaliert und verprügelt zu werden. Nicht einmal sein Frühstück durfte er in Ruhe genießen. Nach exakt sieben Minuten wurde abgedeckt. Friedrich wollte mit dem Freund nach England fliehen. Die Fluchtpläne wurden entdeckt und Friedrich I. ließ seinen Sohn und den Leutnant vor ein Kriegsgericht stellen. Die Militärrichter schreckten vor einem Todesurteil gegen den Prinzen zurück. Da griff der Soldatenkönig persönlich durch. Am 6. November 1730 wurde Freund Katte vor den Augen des jungen Prinzen erschossen. Heute beherbergt das Museum eine Zweigstelle des Kunstgewerbemuseums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017